Musik Musik Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Na gut, da! Der war da nie nach! Achtung! Feuer! Ja! Mach das! Mach das! Schau! Du musst einneidungslein finden! Ja, Nein, Hier ist es! Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Komm, zurück zur Sandschale. Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge! Es waren wieder die Stimmen. Aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Was passiert? Sie meinen, was wir gefunden haben. Vater? Ja? Die Stimmen, die ich gehört habe. Sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Hier, Muttern, Quanta. Das kann nicht gut sein. Vorsicht, Vater! Wollt ihr, Quanta? Wollt ihr, Quanta? Quanta, schneu! Das war's für heute. Daliuta! Abba, Feuer! Son of me! Fiskate! Daliuta! Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hattest vorhin Unrecht. Oh. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. 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 Gut, Junge. Lauf, Junge! Lauf, Junge! Danke! Hier geht es nicht drüber und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Lauf, Junge! 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 Was ist das? Und der Gedichtner! Alter, wir vergessen ihn! Wie tüttet man etwas aus Stein? Du findest seinen bunten Punkt! Ah, Vorsicht! Ah, Vorsicht! Ah! 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 Ausatmen! I'm out, Kaka! Ah! 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 Vor allem Stein für dich! Feuer, von hinten! Überstehst du das? Von hinten! Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Das können wir gegen ihn verwenden! Auf geht's! Wunder! Ich bin hier! Ich bin hier! Du bist so gut wie tot! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Die blaue Tür! Wir sind da! Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Schon wieder der Zwerg. Sendri? Wo sollen wir anfangen? Wo sollen wir anfangen? Ja. Nein. Wenn ihr pointtet. Tja, kauf nichts, was du nicht brauchst. Hier, lass uns. Hier ist noch eins. Hm, hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Hey, wie konnte Sindri uns überholen? Er und der Blaue sind offenbar schnell unterwegs. Wir sind drin. War klar. Damit die wohl verbunden sind. Was? Was? Was ist das? 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 Was ist das?